Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und wir haben heute das Thema, wie gut ist dein Krisenmanagement, wenn alles immer funktioniert, dann ist es ja am einfachsten, wenn alles, wenn die Wirtschaft oben ist, wenn alles irgendwie motiviert ist, wenn der Frühling da ist, dann haben alle gute Laune, dann scheint die Sonne und dann ist das alles natürlich nicht mehr so problematisch, aber wehe, wir haben eine Krise wie jetzt die Corona-Krise, die jetzt über ein Jahr uns begleitet und da stellt sich doch die Frage, wie gut ist eigentlich dein Krisenmanagement und genau dazu möchte ich heute in dieser Podcast-Folge zu dir, zu euch sprechen. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann fliegen wir los, bis gleich. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Krisenmanagement, das mag ja keiner so richtig. Wer will schon in der Krise die Verantwortung übernehmen? Aber auf der anderen Seite ist eine Krise natürlich für uns Unternehmer und Unternehmerinnen total wertvoll, weil sie uns aufzeigt, wo die Schwachstellen und wo die einzelnen Problempunkte sind, an die wir uns gerne erinnern dürfen, die nicht mehr ganz so sichtbar sind. Wenn es uns gut geht, wenn das Unternehmen gut läuft, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann sind diese Punkte eher zu vernachlässigen, weil es läuft ja. Und solange alles läuft, warum soll ich Baustellen aufmachen, wo vorher keine waren? Also die Krise zeigt uns die Schwachstellen und die Engpässe, die Flaschenhälse, die verstopft sind. Und Corona tut das sehr schonungslos. Also wie man in den unterschiedlichsten Branchen beobachten kann, wie man auch in der Bundesregierung beobachten kann, zeigt es ganz schonungslos auf. Ist das, was wir dort haben, wirklich eine transparente Politik? Fragezeichen. Ist das, was wir dort haben, wirklich so innovativ gewesen in den letzten Jahren, zum Beispiel zum Thema Digitalisierung, dass es uns jetzt tatsächlich hilft in der Bekämpfung dieser Pandemie? Kann man sich drüber streiten. Ich glaube, es ist natürlich, und da möchte ich gerne mal auch eine Lanze brechen, es ist natürlich super einfach, immer rückblickend zu sagen, hey, es hätte doch besser laufen können. Und das ist oftmals in der Krise natürlich ein Problem, weil die Krisenmanager, die dann versuchen, das ganze Ding zu schaukeln, die sind natürlich dann immer in der Rückschau, hätten sie es doch besser machen können. Und das ist natürlich ziemlich einfach. Die Frage ist, in dem Moment, in dem du gerade bist, in dem Moment der Krise zu entscheiden, ist dieser Prozess, den ich gerade habe, ist der Digitalisierungsgrad meines Unternehmens tatsächlich der, den ich erreichen muss, damit mein Unternehmen in Zukunft stabil läuft, sind die digitalen Geschäftsmodelle, für die ich mich vielleicht vor geraumer Zeit entschieden habe, genau die Geschäftsmodelle, die mir jetzt langfristig helfen, aus der Krise zu kommen und auf ein nächstes Level. Und das sind genau die richtigen Fragen. Und wie wir ja alle wissen, ist die Qualität unseres Businesses oder hängt die Qualität unseres Businesses mit der Qualität der Fragen zusammen, die wir uns stellen. Und je kritischer wir selbst uns gegenüber sind und wie gelebt eine konstruktive Fehlerkultur im Unternehmen ist, desto besser ist es natürlich, aus der Krise die Learnings zu ziehen. Und das ist der eigentliche Wert in der Krise. Und in diesen Wert darf ich rein investieren. Da geht es nicht um die Suche nach Schuldigen, sondern da geht es darum, wie kann ich gute Investments machen, um nach den Problemen zu suchen, die mich vielleicht aufgehalten haben, jetzt schneller aus der Krise zu kommen. Oder die mich in der Vergangenheit träge werden ließen und genau dort sind die Ansatzpunkte, da kann ich die Lupe, da kann ich das Brennglas ansetzen, um da genau hinzuschauen. Und was ich immer gern sehe, also gern sehe, was sich mir so eröffnet, immer wieder auch in den Unternehmen, wenn ich da reinblicken darf, dann sind es genau diese Sachen, dass die Behäbigkeit, das Unternehmen voranzutreiben zum Thema Digitalisierung eben nicht auf der Tagesordnung auf Platz 1 stand, sondern es war eher so ein untergeordneter Punkt, war ja auch nie die Dringlichkeit gegeben, aber Corona hat uns gezeigt, wie dringend das Ganze tatsächlich ist. Und die große Frage ist, wie manage ich denn so eine Krise? Also als erstes muss ich mal jemanden finden, der irgendwie Lust darauf hat, sich diesen Schuh anzuziehen. Im Zweifel sind es die Verantwortlichen natürlich selber. Aber ich kann mir natürlich auch einen Krisenmanager mit an die Seite holen und das ist eine Empfehlung von mir, das in jedem Fall zu tun, weil ich natürlich gerade in der Krise, wo ich dann voll den Fokus auf mein Unternehmen habe, gerne nicht mehr sehe, was links und rechts passiert. Und ich brauche die externe Sicht, ich brauche eine neue Perspektive. Und das auf der Zunge zu gehen lassen, ich brauche eine neue Perspektive, bedeutet, ich brauche einen Blick von außen, einen Blick, der mich reflektiert, einen Blick, der mir sagt, wo ich vielleicht Defizite in meinen Kompetenzen habe, in meinen Digitalkompetenzen zum Beispiel. Wo ich vielleicht Möglichkeiten und Chancen habe, mit neuen digitalen Geschäftsmodellen zu skalieren, zu expandieren oder überhaupt mich zu konsolidieren, mich zu stabilisieren in der Krise, um dann gestärkt daraus hervorzugehen. Und das würde ich mir wünschen für viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die, ob als Einzelkämpfer oder als mittelständisches Unternehmen, sich dort so eine Taskforce aufbauen. Das ist übrigens auch meine Idee für die Bundesregierung, zu sagen, weg von den, also ein Krisenmanagement oder eine Krisenmanagement-Taskforce, keine Ahnung, muss ich noch einen coolen Namen erfinden, bestehend aus Leuten, die von ihren Kompetenzen her perfekt in einem Team Lösungen erarbeiten. Also analysieren, den Status Quo ermitteln, reflektieren, sagen, okay, woran hat es in der Vergangenheit gefehlt? Also was hätten wir machen müssen, damit wir es heute über Dinge verfügen, Kompetenzen verfügen, um das ganze Baby jetzt zu schaukeln und dann natürlich über die Kompetenzen zur Verfügung zu innovieren. Also das ist das, was mir in Deutschland so fehlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so dieses, ich habe letztens einen Artikel gelesen, so Estland, wie die Digitalisierung allein den Behörden interpretieren und umgesetzt haben. Das ist keine Theorie mehr, das sind digitale Prozesse. Der Hammer. Also ich bin total begeistert und ich verstehe nicht, warum das in Deutschland nicht möglich ist. Und dort muss es ein Change geben und der Change kann doch nicht aus diesen Strukturen kommen, die wir in Deutschland haben. Wir müssen die Strukturen ändern und das ist genau das Gleiche in den Unternehmen. Das Unternehmen in den alten Strukturen, in den alten Prozessen, in den alten Hierarchie-Ebenen, in den alten Machtstrukturen. Wie soll denn dieses System jetzt innovieren? Es funktioniert einfach nicht. Und wenn du jemand bist, der mir sagen kann, in unserem Unternehmen innovieren wir genau aus diesen alten Strukturen, bitte ruf mich an. Wir werden einen Podcast machen und wir werden es hier ganz transparent machen, dann möchte ich genau daraus lernen. Ich will das System verstehen, wie das funktioniert hat. Ansonsten, wenn sich keiner meldet, gehe ich davon aus, dass das einfach nicht funktioniert. Das ist meine Meinung. Also es funktioniert einfach nicht aus diesen alten Dingen, aus diesen alten, starren, verkrusteten Prozessen und was auch immer heraus zu innovieren, etwas Neues zu entwickeln. Warum? Weil die Neugierde fehlt. Es fehlt die Gier, etwas Neues umzusetzen. Es ist die Pflege des Alten, die Pflege des Beständigen, die Pflege des Gelernten. Prozesse, die wir lieben, weil wir sie auswendig können. So und meine Idee war jetzt zum Thema Krisenmanagement-Taskforce, jetzt für die Bundesregierung, gilt aber auch für jedes Unternehmen, bau dir eine Taskforce, in der du echte Experten hast, die unternehmenspolitisch, aber auch in der Politik, weil ich spreche jetzt für unsere Bundesregierung oder die Politik und die Wirtschaft, also da sehe ich einfach einen gemeinsamen Nenner, die nicht politisch motiviert sind, also wo Wahlkampf keine Rolle spielt, ist total wichtig. In dieser Taskforce darf es keine Rolle spielen, wer gerade an der Macht ist, wer gerade in der Opposition ist oder wer gerade neue Machtanstrengungen versucht, Thema Wahlkampf, um dann auf das System einzuwirken. Sondern die Taskforce sagt, wir bringen unsere Kompetenzen zusammen, das sind wie Zahnräder, die ineinander greifen. Da gibt es keine Opposition, sondern wir hinterfragen das, wir reflektieren das, wir sind Leute in dieser Taskforce aus dem Unternehmen, aber auch von außen und am besten parteilos. Anders geht es nicht. Anders geht es einfach nicht. Und diese Leute, jetzt mal für die Bundesregierung gesprochen, das sind zum Beispiel Digitalexperten, KI-Experten, also Leute, die sich mit neuen Technologien auskennen. Blockchain-Technologie, ich verstehe das einfach nicht, warum Blockchain-Technologie in der Bundesregierung noch nicht ein eigenes Ministerium hat. Wie wollen wir denn mit unserem Thema Datenschutz und Datenspeicherung umgehen? Also da könnte man ein eigenes Ministerium bauen um das Thema. Und klare Verantwortlichkeiten. Also dass ein Ministerien nicht noch irgendwelche Unter-Divisions in anderen Ministerien fragen muss, ob es da irgendwie ein Budget gibt oder ob da irgendwelche Freigaben erteilt werden können, sondern dass das klar zugeordnet ist. Das ist übrigens auch eine Geschichte, die ihr in eurem Unternehmen mal nachschauen könnt. Und wir haben ein Problem der Verteilung von Verantwortlichkeiten. Verantwortung kannst du nicht teilen. Verantwortung kannst du nur nehmen. Wenn du verantwortlich bist für ein Thema, dann musst du auch Entscheidungsgewalt haben. Dann musst du auch die Möglichkeit haben, zu dieser Verantwortung zu stehen und das dann auch zu führen, zum Beispiel in deinem Team. Und dann gibt es Zuständigkeiten. Zuständigkeiten heißt, Teilaufgaben meiner Verantwortung übergebe ich an einen zweiten und dritten und vierten und so weiter, die dann zuständig sind, aber sie nehmen mir nicht die Verantwortung ab. Wenn diese Personen ihre Zuständigkeit nicht ernst nehmen, dann ist das meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieses Projekt trotzdem läuft. Dann muss ich einem anderen Personenauftrag geben, andere Abteilungen, andere Ministerien beauftragen, keine Ahnung. Aber ich habe die Verantwortung und dafür stehe ich gerade. Und diese Entscheidung kann ich auch treffen. Ob es dann eine Fehlentscheidung ist, so what. Dann reden wir über Fehlerkultur. Aber ich kann diese Entscheidung treffen. Und genau dieser Prozess, den reflektiere mal in deinem Unternehmen. Nimm einfach, wenn du alleine unterwegs bist, hast du vielleicht den einen oder anderen externen Mitarbeiter, Mitarbeiterin. So überprüfe, inwieweit du wirklich eine Klarheit hergestellt hast und gesagt hast, ich für mich sage, ich bin verantwortlich für diese Teilaufgabe oder für diese Aufgabe. Und eine Unteraufgabe wird generiert, lässt sich hervorragend in Asana abbilden beispielsweise oder Trello oder sowas. Und diese Unteraufgabe gebe ich jetzt weiter, aber ich habe meine Aufgabe im Bilde. Nur weil ich diese Teilaufgabe weitergebe, habe ich trotzdem die Verantwortung. Ich muss trotzdem die Deadline einhalten, auch wenn die Person, der ich das gebe, nicht performt. Das ist meine Verantwortung. Es ist meine Schuld, die ich tragen darf. Und wer die Schuld trägt, der trägt die Macht. Ich weiß gar nicht, warum das immer verteilt werden muss. Warum immer Beschuldigungen und Schuldige gesucht werden. Also vergessen wir das Thema. Es geht um Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. Und genau das muss es in der Politik geben. Also wenn ich ein Projekt aufsetze und das ist ein Digitalisierungsprojekt, dann gehört das ins entsprechende Ministerium. Und dann hat auch dieses Ministerium die Hoheit, die Verantwortung und natürlich auch die Entscheidungsgewalt. Und dann kann es dieses Projekt umsetzen und darf auch aus den Fehlern lernen. Und der nächste Step ist, mit dieser Taskforce wirklich unterwegs zu sein. Gilt auch für mittelständische Unternehmen. Super spannend. Muss gar nicht so eine Riesenabteilung sein. Muss nicht so ein Riesenteam sein. Ja, das können drei Leute sein. Das können sieben Leute sein. Aber dann wird es schon unübersichtlich. Da würde ich dann schon auch sagen, dann habe ich wieder Abstimmungsprozesse und Aufwände und so weiter. Also ich würde mir schauen, dass ich, sagen wir mal so drei bis fünf Fachbereiche zusammenbringe, um ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen. Und es müssen in jedem Fall externe Leute mit dabei sein. Das ist total wichtig. Ja, wenn man sich das zutraut, dann kann man auch sagen, man hat eine Verbindungsfrau oder einen Verbindungsmann zum Unternehmen in diesem Team. Alles andere sind externe. Und dann wirklich mit den Leuten was Neues auf die Beine zu stellen und dann sukzessive sich überlegen, wie kann ich das strukturell in mein Unternehmen reintragen. Und dann fange ich an zu innovieren. Es gibt so ein schönes Bild, das habe ich glaube ich schon mal gebracht. Wenn du irgendwie kannst, jetzt diesen Podcast hörst mit deinem Kopfhörer und irgendwie laufen kannst, dann mach das mal. Steh mal auf. Los, steh auf. Steh auf. So, und jetzt setz mal einen Fuß vor den anderen. Ganz normales Gehen. Ja, also es ist total simpel. Einen Fuß vor den anderen. Und beobachte mal den Fuß, den du abrollst und wieder nach vorne setzt. Dann ist der andere Fuß dran. Zack. Was ist der Fall? Ein Fuß in der Luft. Ein Fuß in der Luft. Das ist eine Vorwärtsbewegung. Ein Fuß in der Luft. Setz du ab. Nächster Fuß in der Luft. Das heißt, du hast Stabilität, weil ein Bein ist ja immer am Boden. Das andere Bein ist in der Luft. So, und wenn du jetzt kannst, dann lauf mal so drei, vier, fünf Schritte. Wirklich rennen. Was fällt dir auf? Beide Beine in der Luft. Total crazy die Nummer. Ja, keine Stabilität, keine Bodenhaftung, nichts was du kennst. Alles neu. Du fliegst förmlich in diesem Bruchteil eine Sekunde. Und das ist Innovieren. Das ist Schnelligkeit, Geschwindigkeit. Das, was wir heute brauchen, wenn wir Unternehmen digitalisieren wollen. Wir müssen laufen. Wir müssen raus aus dem Sessel. Und wenn du nicht mitgemacht hast jetzt, dann stehst du jetzt auf und fängst einfach mal an, wenigstens drei Schritte wirklich oder fünf am besten. Wahnsinnig. Geile Challenge. Fünf Schritte. Einfach mal zu rennen, ja. Und diesen Moment zu genießen, wenn beide Beine in der Luft sind. Und diesen Moment brauchst du. Das ist genau dieses Momentum, was du in deinem Unternehmen tragen musst. Beide Beine in der Luft. Ja, das ist mit Risiko verbunden. Und ja, da verbrennt man auch manchmal Geld. Und ja, es ist total ungewiss. Es ist völlig ungewiss, wo die beiden Beine nach dem Flug landen werden. Ja, aber eins kann ich dir sagen. Und so hast du dein Unternehmen unter Umständen auch irgendwann mal aufgebaut. Du hast es aufgebaut im Flugmodus. Du hast es aufgebaut, weil beide Beine in der Luft waren. Und darum geht es in der Krise. Wir haben sowieso schon beide Beine in der Luft, weil wir nicht wissen, wie gehen wir jetzt mit Corona um. Was passiert als nächstes? Wann kommt der nächste Lockdown? Wir wissen es einfach nicht. Aber wir müssen etwas tun. Wenn wir da sitzen und nur darauf warten und das Krisenmanagement anderen überlassen, dann haben wir für unser Unternehmen versagt und alle, die damit verbunden sind. Alle, die an deinen Projekten mitbeteiligt sind, an den Mitarbeitern, die du beschäftigst. Also raus aus dem Sessel und lass es fliegen. Dieses Momentum wirklich mal wahrzunehmen. Wenn du joggst, achte mal drauf. In dem Moment, wo deine Bodenhaftung weg ist, das ist dieser Moment, den dein Unternehmen genau jetzt braucht, um den richtigen Move zu machen. Um richtig zu innovieren. Überrasch deine Leute, indem du neue Ideen zulässt. Indem du an neue Dinge selbst glaubst. Und wenn es ungewiss ist, völlig egal. Wenn du eine E-Commerce, einen E-Commerce-Shopper, na gut, dann geht es dir gut. Also wenn du eine E-Commerce-Company bist, dann sollte es dir gut gehen. Aber wenn du zum Beispiel kein digitales Geschäftsmodell hast, warum nicht einfach mal jemanden einladen oder dich in der Genius Alliance University eintragen zum Thema KI, also künstliche Intelligenz. Und dort einfach mal weiterbilden, mal reinschauen in das Ganze. Oder komm in den Lion's Circle. Wenn dich die Investition abschreckt oder du nicht weißt, wo du hinkommst, komm in den Lion's Circle und wir bequatschen das. Und dann ergibt sich da für dich eine völlig neue Perspektive auf deine Unternehmen, auf das, was du in Zukunft dir für dein Unternehmen vorstellen kannst. Und das ist wichtig. Jetzt Gemeinschaften zu suchen, um sich darüber auszutauschen. Um neue Sachen anzuschauen. Um vielleicht sogar das ein oder andere Neue zu lernen. Und in der Krise wirklich nochmal zu reflektieren und zu sagen, wo komme ich eigentlich her? Was ist so meine Historie? Das ist ganz spannend. Und jetzt, wo ich das sage, kommt mir das so in den Sinn. Ich habe damals 2007, 2008, 2008 echt krass, kurz vorm Kollaps, weltweite Wirtschaftskrise, habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Und Genius Alliance ist jetzt genauso wieder in diesem Wachstumsprozess. Es ist ja ein konsolidiertes Unternehmen, also aus anderen Unternehmen zusammengebaut, was wieder in der Krise groß wird. Und die Krise ist die Mega-Chance, weil du siehst quasi, wenn du mit offenen Augen durch diesen Markt gehst oder dir deine Märkte anschaust, dir in deine Zielgruppen reinschaust, dann offenbart sich das, was dort benötigt wird. Und wenn du in deine Assets reinschaust, dann offenbart sich dort, was du anbieten kannst. Und du brauchst nur diese beiden Dinge zusammenzubekommen. Nur ist das Problem, wir sind zu tief drin in dieser Materie, zu tief drin in dieser Suppe. Und unsere ganzen Glaubenssätze, unsere ganze Glaubensstruktur im Kopf sagt uns die ganze Zeit, na wir machen doch schon, wir machen doch schon. Und vielleicht suchen wir auch so ein bisschen Bestätigung, ein bisschen Streicheinheiten, weil wir ja das Unternehmen bis jetzt ein Jahr durch die Krise gebracht haben und keine Mitarbeiter erkündigen mussten oder vielleicht nur ein paar wenige. Verdammt nochmal, das reicht aber nicht. Das reicht nicht. Es reicht eben nicht nach Bestätigung zu suchen, sondern such nach den Leuten, die dich in Frage stellen, die dich fordern, die mit dir innovative Gedanken spinnen können, die dich mit in ihre Welt nehmen, die dich reinziehen und die dich festhalten und sagen, du bleibst so lange hier, bis du dir diese Idee angehört hast. Und wenn du das getan hast, dann gehen wir zusammen in die Umsetzung. Wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun, und wir probieren es aus. Und wenn wir am Ende untergehen und gesagt haben, hey, so wie wir es probiert haben, funktioniert es nicht. Aber wir sind nicht einfach untergegangen, weil wir uns in den Sessel gesetzt haben und in unsere Komfortzone gesondert haben. Also, ihr merkt, es ist einfach so ein Thema, was mich halt echt packt, weil es mir echt wichtig ist. Dass da was getan wird und dass wir etwas tun müssen. Es macht mich einfach so wahnsinnig unruhig. Ich bin jetzt hier mit geballten Händen. Dass es keine gute Lösung ist, abzuwarten. Es ist keine gute Lösung, irgendwie auf jemanden zu warten oder auf die Politik zu warten, dass die irgendwas lösen oder sonst irgendwas. Es ist keine gute Idee. Okay, nur du bist in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Dazu möchte ich dich einladen. Einfach mal links und rechts mal was ausprobieren. Das hat ja nicht immer was mit investieren zu tun. Ich weiß, dass das momentan einfach so ein Knackpunkt ist. Es ist immer so die Frage, wo soll ich jetzt das Geld richtig anlegen? Vielleicht mal gar nicht darüber nachdenken, sondern einfach nach coolen Leuten suchen, dich mit coolen Leuten verbinden. Also wenn du diesen Podcast jetzt schon länger hörst als sechs Monate und wir hatten noch keinen Kontakt, ist ein Aufruf hier, dann wünsche ich mir von dir, dass du mit mir Kontakt aufnimmst. Und zwar jetzt, nach dem Podcast. Und deswegen mache ich das Ding jetzt hier auch zu, damit du keine Ausreden mehr hast, darüber nachzudenken, was du jetzt als nächstes machst, sondern du wirst jetzt genau das tun. Du wirst mich kontaktieren und mir ein Feedback geben zu diesem Podcast. Das ist mir wirklich ernst. Deswegen, auch wenn ich jetzt hier lächle, ich möchte einfach niemanden da draußen haben, der diesen Podcast hört und sagt, ich habe mein Unternehmen krachen lassen. Das will ich in keinem Fall. Bitte anrufen. Ihr könnt auf der Website mal schauen. Kostenfreies Strategiegespräch. Steht groß drauf. Einfach mal einen Talk mit mir buchen. Kostet nichts außer Zeit. Und wenn du den Podcast länger als sechs Monate hörst, dann ist das eine Verpflichtung hiermit, diesen Termin zu buchen, damit wir über dein Business sprechen. Und wenn es einfach eine Tasse Kaffee trinken ist. Und jetzt bin ich raus. Ich wünsche euch nur das Beste und ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr gut durch diese Krise kommt und dass ihr vor allen Dingen gestärkt durch diese Krise kommt mit den geilsten Ideen, die dieser Planet gesehen hat. Und diese Ideen sind aus Deutschland, sind aus Europa. Das würde ich mir wünschen. So, und jetzt aber bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal.